Hi, ich bin Alissa und zusammen mit dem Basti habe ich mir die Arbeit im Druckzentrum in der Weiterverarbeitung mal genauer angeschaut und gesehen, was der Job alles für Vorteile zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Eindrücke vom Job gefallen haben, könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen und euch weitere Infos zum Job holen. Bis zum nächsten Mal.